Alah! Alah! Auf jeden Fall sehr gespannt, was uns hier heute erwartet und uns erwartet auf jeden Fall zuerst einmal ein Charaktereditor, da möchte ich jetzt nicht Stunden drin verbringen, aber kurz mal reinschauen, macht denke ich auf jeden Fall schon Sinn und wir haben hier eine hübsche blauäugige Blondine, so das wollte ich sagen und haben hier die Möglichkeit viele Sachen einzustellen, den Kopf, den Körper, die Hautfarbe, die Haare, die Augenfarbe, die Haarfarbe oder auch die Augenbrauenfarbe, da möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht so wirklich mit beschäftigen, deswegen mache ich jetzt einfach mal hier einen Zufallscharakter, okay? Und da wurde aus einer hellen blauäugigen Blondine eine dunkelhäutige braunhaarige Schönheit mit einer Weihnachtsmütze, dann nehmen wir die doch einfach mal so und schauen, was uns erwartet, deswegen klicke ich einfach auf neues Spiel. Aha, man hat also die Möglichkeit eine Kampagne zu spielen oder sich im Sandbox, beziehungsweise auf Deutsch Sandkastenmodus auszutoben. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Kampagne und habe da auch wieder relativ viele Möglichkeiten, von Benutzer definiert bis hin zum Strategen, aber ich entscheide mich jetzt hier denke ich einfach mal für das klassische Spiel und dann schauen wir mal, was jetzt hier so abgeht. Die Musik gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Die nimmt einen direkt mit, finde ich richtig cool, geiler Sound. Okay, gute Laune, sieht auf jeden Fall anders aus. Und da kommt ein Rabe mit grün leuchtenden Augen, okay? Ah, das scheint dann jetzt also tatsächlich schon die Spielgrafik zu sein. Und wir sind also mittendrin in Drake Hollow. Psst, hey Kindchen, ja, dann folgen wir doch mal dem Raben. Ob das denn wirklich eine gute Idee ist, einem Raben mit grün leuchtenden Augen in den dunklen Wald zu folgen? Ich habe einen anderen Weg für dich. Ich habe mir noch nicht mal einen Weg ausgesucht. Okay, dieser Weg hat sich dann auf jeden Fall erledigt. Dann kann ich hier lang? Tatsächlich. Schneller laufen geht auch. Oh, die weise Krähe spricht zu mir. Ich wurde geschickt, um jemanden zu finden und ich denke, du bist die richtige Wahl. Ja, ich würde sagen, ja, ich trete einfach mal ein. Okay, what the fuck? Sie ist jetzt auf jeden Fall auf der anderen Seite. Nachdem sie durch das Portal gegangen ist. Okay, die kann man wahrscheinlich sammeln. Ja. Ein vollendes Pilz in meinem Inventar. Zack. Da ist die Krähe wieder. Okay, sieht schon krass aus. Sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus wie eine Parallelwelt, die von irgendeiner düsteren Macht, ja, wie soll ich das sagen, die von irgendeiner düsteren Macht heimgesucht wurde. Okay, springen geht auch. Okay, plötzlich habe ich einen Kompass da oben. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir leider nicht ganz so viel von dem Spiel sehen werden. Denn das scheint doch schon ein bisschen langwieriger zu sein. Okay, ich soll den Kristallhaufen erwecken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so recht, was ich von diesem Spiel halten soll. Was einen da im Laufe der Zeit alles noch erwartet. Oh, kleine, was auch immer für Wesen. Die sind ja süß. Der ist nicht so süß. Den kann ich jetzt scheinbar aufnehmen. Und als Waffe benutzen. So. Da ist wieder dieses blöde Viechen. Noch eins und noch eins. Ich glaube, den haue ich jetzt einfach mal ein auf Vormus. Okay, Grunzer sind das. Ein Ziegeraugensplitter und ein Donnerbüchsenschuss. Klingt wie Munition für irgendeine Knarre. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ich habe mich im Vorfeld eigentlich nicht wirklich über dieses Spiel informiert. Was ich aber tatsächlich gelesen habe, ist, dass ihr die Möglichkeit habt, das Ganze im Koop zu bestreiten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine Menge Spaß macht. Wie kann ich jetzt hier diese... Ah, okay. Jetzt habe ich ein... Ein... Ein Rechen. Oh. Ah, den habe ich jetzt ausgerüstet. Okay. Der ist wahrscheinlich ein bisschen kräftiger als dieser Stock. Und ich laufe jetzt mal ein bisschen schneller. Ich muss ja scheinbar da hinten hin. Okay, das Ganze geht hier definitiv in Richtung Adventure. Und so ein bisschen... Ja, Survival-Action-Adventure mit Crafting. Ich... Keine Ahnung. Auf jeden Fall soll ich jetzt hier irgendeinen Kessel bauen. Und diese Viecher, diese Dragora davon überzeugen so ungefähr, dass ich der Richtige bin. Und dass ich denen nichts Böses will. So. Wir haben jetzt hier einen Quest. Und das Schöne ist, das wird uns links angezeigt. Das ist recht übersichtlich. Nur, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir einen Baum fällen. Weil, ich habe ja keine Axt. Ich kann ja jetzt nicht mit einem Rechen in einen Baum fällen, oder? Doch, kann ich. Lol. Okay. Kann ich doch. Das heißt, ich habe zumindest jetzt einen Baum gefällt. Das habe ich schon mal. Und ich habe dementsprechend auch genug Holz. Ne, noch nicht ganz. Aber jetzt genug Holz. Und soll jetzt einen Kessel bauen. Ach so, ich brauche... Alles klar. Ich brauche noch einen Leuchtsteinsplitter. Wo finde ich jetzt noch so einen verdammten Splitter? Da, da sind doch welche. Kann ich die einfach farmen quasi? Ja, kann ich. Sehr gut. Dann gehe ich schon mal zurück zu der Krähe. Baue den Kessel. Und überreiche dann der Krähe gleich den Kessel. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Was meint ihr? So, dann drücke ich mal C. Ach guck. Da kann ich jetzt den Kessel da platzieren. Oh, da kommen wieder diese süßen Viecher. Die sind echt knuffig. Und schon geht es weiter mit dem nächsten Quest. Ich würde sagen, die machen wir noch. Und dann, ja, dann soll es das auch schon gewesen sein. Denn im Großen und Ganzen hat man schon einen, ja, guten Eindruck bekommen, was hier eigentlich so passiert. Denn im Großen und Ganzen werden wir halt im Endeffekt diese... Na, komm schon. Ähm, müssen wir diesen Dragora-Viechern, diesen knuffigen Viechern wohl bemerkt, auf jeden Fall irgendwie helfen, scheinbar diese Welt wieder herzustellen. Denn die ist ja ziemlich befallen von diesen komischen Grundzahlen. Und ich denke, das werden nicht die einzigen Viecher sein, die uns hier erwarten im Laufe des Spiels. Nur wo zum Geier finde ich denn jetzt so ein Trinkpäckchen? Ich gehe mal oben in das Häuschen. Vielleicht finde ich da ja welche. Da haben wir doch schon zumindest schon mal zwei Stück. Das sieht doch gut aus. Wow, hier gibt es Loot, 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 Loot. Ja, sehr gut. Dann kann ich jetzt zurück zu dem Kessel. Das mag ich auch immer, wenn es irgendwelche kuriosen Gegenstände zum Kämpfen gibt. Und mit einer Gitarre einfach mal so ein bisschen um sich hauen, ist ja nicht gerade so ganz normal. Außer man ist vielleicht Rockstar und geht irgendwie auf der Bühne gerade komplett ab. So, in den Kessel lagere ich jetzt die Beeren und die Trinkpäckchen ein. Da freuen sie sich. Also, man muss scheinbar diesen Dragora, Tierchen, Viechern, wie auch immer wir sie nennen wollen, man muss sie quasi von irgendeiner bösen Magie befreien, damit sie wieder so werden, wie sie mal war. Man muss ihnen irgendwie, ja, einen Schlafplatz bauen, man muss ihnen quasi ein Zuhause bauen und man muss dafür sorgen, dass sie sich nicht langweilen. Also, man kann das schon irgendwie so ein bisschen, ja, wie ich sag jetzt mal im weitesten Sinne mit dem Tamagotchi vergleichen. So ungefähr. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, ist ziemlich vielversprechend. Ich würde an dieser Stelle auf jeden Fall mal sagen, ist ein interessanter Ersteindruck und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder zu meiner kurzen Bewertung von Drake Hollow. Bleibt auf jeden Fall dran. So, und dann kommen wir mal zur Bewertung von Drake Hollow. So, und zwar fange ich mal an mit der Grafik. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir dieser comicartige Grafikstil sehr gut gefällt, auch mit diesen kleinen Viechern. Das ist alles sehr stimmig, sehr hübsch gemacht und ich würde auf jeden Fall mal sagen, ich gebe den Grafikstil von Drake Hollow 4 von 5 Burnies. Denn, ja, wie gesagt, mir gefällt der Grafikstil auf jeden Fall sehr gut. Das ist jetzt natürlich keine High-End-Grafik. Ich würde das Ganze mal so ein bisschen vergleichen mit Breath of the Wild und dieser Grafikstil hat mir auch sehr gefallen und ich denke, das passt einfach, das ist einfach ziemlich stimmig. Der Unterhaltungswert, ich habe jetzt natürlich nicht allzu viel gesehen von dem Spiel, aber man kann schon so ein bisschen erahnen, was noch alles auf einen zukommt und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch das finde ich ziemlich interessant. Ich finde es recht spannend gemacht, denn irgendwie scheint da noch sehr, sehr viel auf einen zuzukommen und der Unterhaltungswert ist meiner Meinung nach auch relativ hoch. Man kann sich halt, wie gesagt, vorstellen, was da noch so alles passieren könnte, auch wenn man, wie gesagt, jetzt nicht wirklich viel gesehen hat und auch dem Unterhaltungswert würde ich tatsächlich 4 von 5 Burnies geben. Okay, was die Story angeht, ist so ein bisschen auf Magie gemacht. Es ist jetzt nicht unbedingt irgendwie großartig, eine absolute Innovation. Klar, man geht quasi in eine andere Welt durch ein Portal, diese Welt ist befallen. Was ich ganz cool finde, sind diese kleinen Dragos, diese kleinen Viecher, die sind recht süß, aber irgendwo hat man das wahrscheinlich alles schon mal irgendwie gesehen. So kam es mir jetzt auf jeden Fall vor und deswegen würde ich, also was ich so bis jetzt gesehen habe, würde ich der Story so 3 von 5 Burnies geben. Die Steuerung bzw. die Spielmechanik finde ich eigentlich auch relativ simpel. Es ist jetzt nichts, was einen großartig überfordert. Man wird gut an die Hand genommen, es wird alles relativ gut erklärt, auch durch diese Krähe und da kann man, denke ich, nicht wirklich viel falsch machen und deswegen würde ich dieser Spielmechanik und der Steuerung tatsächlich die volle Punktzahl 5 Burnies geben, denn das war jetzt nicht irgendwie hakelig, das war nicht großartig unverständlich, das war alles sehr gut gemacht und gut umgesetzt. Kommen wir gerade noch zur Preis-Leistungs-Geschichte. Das Spiel kostet knapp 30 Euro und wenn man bedenkt, dass man das halt auch unter anderem im R4-Player-Koop spielen kann und einem da wahrscheinlich eine richtig große Welt mit vielen Quests geboten wird, finde ich das ziemlich okay. 30 Euro kann man mal machen, das ist jetzt ein guter durchschnittlicher Preis für Drake Hollow und wenn ich es jetzt nicht im Game Pass hätte, dann denke ich, wenn ich jetzt gerade nichts anderes zu spielen hätte und es vielleicht noch ein paar Kumpels da wären, die es sich auch holen würden, würde ich es mir wahrscheinlich sogar holen. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick in Drake Hollow ein bisschen gefallen hat. Wenn es Spaß gemacht hat, wenn ich euch ein bisschen unterhalten konnte, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Ausgabe vom Gaming-Glücksrad. Macht's gut, schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Bernie. Tschüss.